Hallo Chef, guten Morgen. Ne, noch nichts anfangen. Ich heute Depressionen habe, Chef. Zu Hause Stress mit meiner Frau. Warum? Ich komme, Chef, nach Hause, aber du weißt, ich bin total kaputt. Du mir immer drei Bauscheln gebe. Und ich komme nach Hause, ich will duschen und ein bisschen schlafen und diese sagen, jetzt gehen wir, aber was essen oder trinken statt. Ich sage, Schatz, es geht nichts bei mir. Ich will gehen, aber gehe ich, total schade. Und hier duschen und einschlafen und die dann anziehen, Chef. Diese kurze Rok anziehen, diese Schuhe, gefährliche Schuhe und dann gehen fort. Sagen mit Freundin, aber mit wem geht, keine Ahnung. Und jetzt Angst haben, Chef, dass jemanden finden, diese, weißt du. Weil ich zu Hause total nachlasse. Ich soll keine Angst haben, okay. Kein Mensch ist verrückt. Und das eine Arbeit von einem anderen machen, okay, Chef. Und wenn auch machen, keine Seife. Dann will sie nicht verbrauchen, okay, Chef. Ja. Du wärst froh, wenn deine Frau geht und nie wieder zurückkommt. Ja, Chef, wenn du deine Frau nichts lieben, warum nicht scheiden lassen? Ah, dann müsstest du halbe Firmen abgeben, okay, okay. Deswegen dulde. Alles klar, Chef. Du ein guter Mann. Ich soll mir keine Gedanken machen, alles klar. Schaufel nehmen und entspannen. Alles klar, mach ich jetzt. Vielen Dank, Chef, dass du meine Laune wieder aufbauen. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.